Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir mal nachsehen, wie man denn am einfachsten loslassen kann. Das Nicht-Loslassen-Können sorgt bei den meisten dafür, dass sie nicht nur ihre Ziele verfehlen, sondern auch die ganze Zeit ein Gefühl des Mangels erleben. Und somit das Glück im Kleinen verpassen und somit auch das große Glück. Viele denken sich, wie soll ich loslassen, wenn doch gerade alles so schwer erscheint. Gerade dann muss man loslassen, sonst wird sich nichts, aber auch gar nichts ändern. Wir werden einige Beispiele bringen, wann es am wichtigsten ist und wie du den Druck am leichtesten aus der Sache nehmen kannst. Nehmen wir das Thema Beziehungen. Du hängst im wahrsten Sinne des Wortes stark an einer Person und kannst einfach nicht loslassen. Oder auch das Thema Job. Du denkst dir, ich brauche wirklich diesen Job, sonst werde ich pleite sein und drei verschiedene Kredite aufnehmen müssen, um meine Rechnungen zu bezahlen. Nein, wir machen uns darüber nicht lustig. Ganz im Gegenteil. Wir haben alle diese Situationen schon selbst durchlebt. Aber wenn du Druck hineingibst, kommt noch mehr Druck. Energie kann keine mehr fließen, nur noch rückwärts. Bleiben wir beim Thema Beziehung erst mal. Du hängst wirklich stark an jemanden und würdest ihn oder sie am liebsten mit Liebe überschütten. Das ist leider super anstrengend für sie oder ihn und es wird genau das Gegenteil passieren. Du wirst als anstrengend empfunden werden. Der beste Tipp hier ist es, genau zu überlegen, was genau du von der Person möchtest. Dazu empfehlen wir dir auch das letzte Video, in dem es darum geht, die Gefühle hinter den Gefühlen zu identifizieren. Wir werden das in den ersten Kommentaren unter diesem Video posten. Werde dir klar, was du genau möchtest und dann konzentriere dich mal nur auf dich. Was ist liebenswert an dir? Was magst du an dir am meisten? Und die wichtigste Frage, wärst du gerne mit dir zusammen? Viele werden da erstmal stutzig werden und überlegen und das ist gut so. Nehme dich selbst wahr. Deine Liebenswürdigkeit. Dein angenehmes Äußeres. Stelle dich gerne vor den Spiegel und lächle dich einfach mal so richtig an. Und dann lass los. Den Zwang, jemanden haben zu müssen, um glücklich zu sein. Als erstes darfst und musst du sogar mit dir glücklich sein. Dann kommt er oder sie, der für dich bestimmt ist, automatisch auf dich zu. Bleibe offen, es könnte ja auch jemand anderes sein. Du denkst dir jetzt vielleicht, nee, ich weiß, er oder sie ist es. Ich weiß das genau. Das mag sein. Aber wenn das so ist, kannst du ja erst recht in Ruhe abwarten. Lasst uns zum Thema Erfolg und Geld gehen. Wir haben schon einige Videos zum Thema gemacht. Und das Wichtigste, was wir dir hier mitgeben wollen, ist, dass ihr den Druck rausnehmen müsst. Geld ist leicht. Geld will fließen. Hier können wir nur immer wieder unser Video über Conny Mendez empfehlen. Geld ist immer da und kann sich jederzeit vermehren, wenn du es zulässt. Egal wie deine Situation jetzt ist. Viele denken sich, wie soll das gehen? Das Problem ist, dass viele sich auf Gewinne oder ähnliches konzentrieren und so die anderen Wege versperren oder sich auf bestimmte Summen festlegen. Das ist auch nicht gut. Hier hat Raphael Bettencourt mal etwas Wichtiges gesagt. Er meinte, dass es essentiell wichtig ist, die Summe offen zu lassen. Sag am besten, ich habe so viel Geld, dass es immer mehr als genug ist. So bist du offen für alles, auch für alle Möglichkeiten. Ein neuer Job, eine Möglichkeit, die Rente aufzubessern oder auch aus schwierigen Situationen herauszukommen. Neue Kontakte oder auch Organisationen fallen dir auf, die dir helfen können. Wichtig ist, dass man offen bleibt für alle Möglichkeiten. Loslassen und das Beste erwarten. Stelle es dir gerne so vor, als würdest du deinen Luftballon fliegen lassen oder du stellst dir Pfeil und Bogen vor. Nehmen wir an, dein Wunsch steckt im Pfeil. Wenn du jetzt den Bogen spannst, rennst du ja auch nicht dem Pfeil hinterher, sondern lässt ihn einfach fliegen. Er kommt an, der Pfeil. Das weißt du genau. Wo ist erstmal Nebensache. Er wird landen, dort, wo es am besten ist. Genauso ist es mit deinen Wünschen. Je mehr du sie freigibst, desto mehr Freiraum haben sie, um wahr zu werden. Die Dankbarkeit ist der nächste Schlüssel, eigentlich sogar der wichtigste. Loslassen bedeutet vor allem, dankbar zu sein für das, was man bereits hat und hatte. Du hattest schon gute Beziehungen. Sei dankbar und nehme diese guten Gefühle als Referenzerlebnis. Du hattest schon Geld. Denk nach. Du hattest es. Wie hat sich das angefühlt? Sei dankbar und nehme auch dieses Gefühl von damals wieder als Referenz für das Morgen. Wenn du dich nämlich nur auf den Wunsch konzentrierst, vergisst du das, was du bereits erhalten hast. Wir sagen abends immer Danke für alles Gute von gestern, von heute und von morgen. So kann man es am besten ausdrücken und meist kommen dann die Situationen von gestern wieder hoch, für die man dankbar sein darf. Die Situationen von heute ja sowieso. Und dann freut man sich automatisch auf das Gute, was einen Morgen erwartet. Es ist wohl klar, dass die Begriffe gestern und morgen nur sinnbildlich sind. Die Vergangenheit und die Zukunft sind damit gemeint. Loslassen ist immer wichtig, weil man auch das Glück loslässt. Wirklich? Ja. Denke mal darüber nach. Als du beispielsweise deinen Abschluss erreicht hast oder den Job, den du wolltest, blieb es bei diesem Wunsch. Sicher nicht. Du hast dir automatisch gleich das Nächste gewünscht. Das ist absolut normal. Wir streben unser Leben lang nach Glück. Umso wichtiger, dass wir auch erkennen, dass es flüchtig ist. Dauerhaft kann niemand glücklich sein. Das würde unser Körper gar nicht aushalten. Beispiel. Wir haben selbst vor einiger Zeit einiges an Geld bekommen. Im ersten Moment waren wir total erschrocken. Verblüfft. Dann kam die Freude. Aber sie war gar nicht so überschäumen, wie wir das gedacht hätten. Dann folgte das wunderbar warme Gefühl der Dankbarkeit. Es ist friedlich. Es ist einfach nur schön. Dann automatisch kam der logische Verstand und überlegte total praktisch, was wir denn nun genau damit machen. So ist es mit allem. Nehme auch an, dass das Gefühl des Glücks flüchtig ist. Was nicht bedeutet, dass man nicht wirklich glücklich sein kann, aber eben nie so lange brennend und heiß, wie man es vor der Erfüllung erwartet. Genau darum darf man den Wunsch an sich schon total feiern, weil dieser oft stärkere Gefühle auslöst als die Erfüllung. Denke mal darüber nach. Das Wichtigste ist es also, sich auf den guten Moment zu konzentrieren. Auf alles, was man bereits hat. Der Rest, so sagte schon unsere Oma, kommt immer von alleine. Locker lassen. Freudig sein. Viele nehmen das Leben viel zu ernst. Hey, das Leben soll Freude machen, Spaß machen und nicht nur noch daraus bestehen, wie wir am schnellsten reich werden und wie wir die beste Beziehung des Jahrtausends ansehen. Mit sich selbst glücklich sein ist doch das Wichtigste. Dazu das passende Buddha-Zitat. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Oder auch das hier. Selig ist der Mensch, der mit sich im Frieden lebt. Es gibt auf Erden kein größeres Glück. Auch das passt noch gut. Gesundheit ist das größte Geschenk. Zufriedenheit der größte Reichtum. Treue die beste Beziehung. Und mit der Treue ist hier die Treue zu dir gemeint und erst dann zu anderen Menschen. Lass also los. Löse dich von Anhaftungen. Denn habe Vertrauen, dass alles gut wird, dass alles gut ist. Halte die Augen offen. Gehe wachen Blickes durchs Leben. Genieße die vielen schönen Momente und sei dankbar. Atme tief durch. Genieße das jetzt. Freue dich auf die nächsten Minuten. Gehe raus oder freue dich einfach mal darüber, dass du hier sein darfst. Das ist doch auch nicht selbstverständlich, oder? Lasse los. Erreiche alles. Ist also ein sehr treffender Titel für dieses Video. Denn oft findet man das Glück dann auf dem Weg und das Ziel ist dann gar nicht mehr so wichtig. Beziehungsweise kommt es meist besser, als man es erwartet hatte. So, länger werden wir das Video nicht machen. Wir hoffen, es hat dir gefallen und dir auch neue Impulse gebracht. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und über nettes Feedback freuen wir uns ja sowieso immer. Nächste Woche werden wir uns mal wieder Conny Mendez zuwenden. Die gute Frau hat uns ja nicht nur das Geldzellen beigebracht, sondern hatte noch mehr geniale und einfache Methoden für ein schönes Leben an der Hand. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Nun habe noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann du das Video siehst. Und wir freuen uns auf dich im nächsten Video.